Ja, dann lass ich mich späten, kenn ich nix. Ich hoffe nur die Legs werden nicht allzu ruhig sein. Ah, hast du meine Falle gesehen, Sherlock Holmes, oder? Ja, dann lass ich mich späten. 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 Was? What the fuck? Alter, was geht hier ab? Toll, alle meine Teammates leben noch. Ich hab Tilted alleine aufgeräumt. Ich hab Tilted alleine aufgeräumt. Ich hab Tilted alleine aufgeräumt. achte hier kriechen so viele leute rum dass selbst gar nichts mehr raffe hier so halt mal jetzt auf rumzukriechen ok was hier schon wieder ab ging leider hat mein ganzes team überlebt sonst hätte ich noch stabil paar kills machen schade marmelade das hat ein bisschen glück was das team so macht wo bist du denn ich kann es nicht mehr Aims on point heute Einigermaßen Toller Tag Guck mal an die Teammates So gammelig Voll ekelhaft Und ich muss die 17 Kills machen Teammates Leider ist die Runde kaputt Hm Ich weiß, wenn alle meine Teammates auf einmal sterben würden Das wäre so nice Aber vom Ding her unmöglich Naja 20 Kills sind hier auf jeden Fall noch drin Das müsste auf jeden Fall funktionieren Aber ja Mehr kann man da jetzt nicht machen Auf die 30 Kills zu gewinnen Also entweder ich springe aufs ganze Team Und versuche 10 Kills zu machen Oder die bringen mich um Ach die Wahrscheinlichkeit gegen 10 Leute zu gewinnen Ja Die ist relativ gering Keine Ahnung wo die sind Die fighten da Retail irgendwo Ich habe einfach Tilted aufgeräumt 17 Kills Tilted only Das ist doch mal schmackhaft Was geht ab Teammate Brauchst du was Die ist doch nicht Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche wo ist dein blauen witzens freund erzähl wo ist der da war doch ein blauen mütze oh mein gott so viel dazu blauen mütze sind treu was habe ich für eine schusssperre gerade war war Was ist das? Das war's komplett mit euch. Das war's komplett mit euch. Noch weiter hier am Start. Heftig. Kriegt ja noch einer rum. Wie viele sind die gestorben, man? Das ist ja zwei. Noch einer. Alter. Wie viele Leute sind hier bitte gestorben? Ich höre ihn nicht. Ey, ich sehe ihn nicht. Kein Bock mehr. Habe ich doch noch Bock auf euch? Boah. Absolut lächerlich, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Jo, das war's noch. Einen Gegner noch. Hm. Einen Gegner. Ach, Reap'sness. Was hast du hier schon wieder angestellt heute? Guck mal, es gibt einen Gegner. Und der haut mich um. Instant Karma kassiert. Ich bin mal wieder Bro. Mach mal Ehre. Wenn ich mir den jetzt hole, habe ich meine Revenge. Dann ist es vorbei. Aber alles andere ist keine Ehre. Alles andere wird keine Ehre sein. Ich will nicht mal Leben haben. Wo bist du? Bist du nicht hier? Du bist doch hier. What the fuck? Heftig. Keiner weiß, wo er ist, aber der einzige, der... What the fuck, da ist er doch. Irre, ich sag doch Irre. Wenn ich dich zurückhole, wenn ich von den Toten auferstehe und dich töte, bin ich meine Ehre wiederhergestellt. Alles andere hätte nicht gezählt. Kranke Runde.